Argon Balance – Einfach ganz leben Marie Kondo – Kurashi – Der japanische Lebensstil für ein erfülltes Leben Aus dem Englischen von Katja Halt – Gelesen von Nina West – Ein Hörbuch des Argon Verlags Vorwort Was hat für Sie die größte Bedeutung? Aufzuräumen heißt sehr viel mehr als nur Ordnung in unserem Zuhause zu schaffen. Es verändert unser Leben. Was, glauben Sie, wird sich bei Ihnen am stärksten verändern, wenn Sie aufräumen? Manche Menschen verbessern dadurch ihre Arbeitsleistung. Bei anderen wirkt es sich positiv auf ihre Beziehungen aus. Wieder andere heiraten oder entdecken etwas, das sie schon immer gerne tun wollten. Aber der wohl erstaunlichste Effekt des Aufräumens ist, dass wir lernen, uns selbst zu mögen. Indem wir uns damit auseinandersetzen, was uns Freude bereitet und was wir im Grunde gar nicht brauchen, verbessern wir unsere Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen und danach zu handeln. Und das wiederum stärkt unser Selbstvertrauen. Wenn wir uns immer wieder aufs Neue fragen, was uns glücklich macht und was nicht, hilft uns das zu erkennen, was für uns wirklich von Bedeutung ist. Wer sich selbst mag, hat größeren emotionalen Freiraum und verspürt den Drang, jeden einzelnen Tag voll auszukosten. Dieses Buch ist für all jene gedacht, die mithilfe der magischen Kraft des Aufräumens ihr Leben verändern und Freude verbreiten wollen. 1. Im Dialog mit sich selbst Wenn Sie sich jeden Traum erfüllen könnten, wie würde Ihr idealer Lebensstil aussehen? Sich diese Frage immer wieder zu stellen, ist die Grundvoraussetzung für ein Leben voller Freude. Meine erste Bitte an Klientinnen und Klienten vor einer Beratung ist daher immer, Ihre Träume und Hoffnungen mit mir zu teilen. Ihre Augen beginnen zu leuchten, wenn Sie mir von einem palastartigen Haus mit schönen Möbeln in natürlichen Farben erzählen oder einer großen Küche, in der Sie nach Herzenslust Kuchen backen können. Aber die Realität holt Sie meist schnell wieder ein und das Leuchten erlischt. Ich lebe in einer winzigen Wohnung, erklären Sie mir. Wie kann ich acht Quadratmeter in einen Palast verwandeln? Ich sollte wohl besser auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Oberflächlich betrachtet scheint das die richtige Einstellung zu sein. Und wenn ich ehrlich bin, wusste ich lange Zeit nicht, was ich darauf antworten sollte. Ich konnte von meinen Klienten doch nicht verlangen, Kompromisse einzugehen, was ihre Träume anbelangt. Wie hätte ich jemandem, der Renoir liebt, dazu raten können, seine Einzimmerwohnung mit etwas Passenderem wie japanischen Holzschnitten zu dekorieren und einfach nur Ordnung zu halten? Das hätte niemanden zum Aufräumen motiviert. Und allein der Gedanke daran hätte wahrscheinlich das kleinste Fünkchen Freude im Keim erstickt. Dürfen wir der Fantasie freien Lauf lassen, wenn wir uns unseren idealen Lebensstil ausmalen? Oder sollten wir uns lieber an das halten, was möglich ist? Eine schwierige Frage, über die ich lange nachgedacht habe. Das japanische Wort für Lebensstil ist Kurashi. Als ich mir den Begriff durch den Kopf gehen ließ, fiel mir auf, dass ich gar nicht genau wusste, was er eigentlich bedeutet. Ich schlug im Daiji Sen, einem Wörterbuch für japanische Begriffe, nach und entdeckte etwas sehr Interessantes. Laut dem Daiji Sen steht Kurashi für den Akt des Lebens an sich, erlebte Tage, das tägliche Leben, das Verdienen des Lebensunterhalts. Und das Verb dazu, Kurasu, bedeutet, die Zeit bis zum Sonnenuntergang verbringen, den Tag erleben. Demnach ist das ideale Kurashi also einfach nur die ideale Art und Weise, seine Zeit zu verbringen und hat mit dem idealen Zuhause zunächst einmal gar nichts zu tun. Diese Erkenntnis hat mich an meine Zeit als Studentin erinnert, als ich noch bei meinen Eltern in Tokio lebte. Obwohl ich ein eigenes kleines Zimmer hatte, was in japanischen Großstädten Luxus ist, hatte ich immer irgendwelche Idealvorstellungen und Verbesserungswünsche. Ich träumte von einem größeren Zimmer, einer hübscheren Küche, einem kleinen Garten auf dem Balkon, schicken Vorhängen an den Fenstern und so weiter. Ich träumte von einem kleinen Garten auf dem Balkon, schicken Vorhängen an den Fenstern und so weiter.